Also deswegen ist man in der Führungsposition, weil man einfach sämtliche Aspekte abdecken können muss. Also man muss tatsächlich von diesem individuellen Aspekt abdecken können, dass ich versuche zu lernen oder zu verstehen, wie einzelne Teammitglieder arbeiten. Arbeiten die vielleicht mit Timeblocking, arbeiten die einfach mit einer To-Do-Liste, brauchen die gar keine Listen, sondern wissen mehr oder weniger intuitiv, woran sie jetzt quasi arbeiten sollen, weil sie sich dann sowieso zwei Wochen einschließen und dann einem Projekt arbeiten und dann quasi mit guten Ergebnissen zurückkommen. Gleichzeitig muss ich quasi auch wissen, wie ich meine Besprechungen dann gestalte. Sind das eben, wie wir es schon kurz erwähnt haben, sind das Besprechungen, wo wir tatsächlich nur Debriefs machen sozusagen, also wo wir nur darüber reden, ja was haben wir dann jetzt alle gemacht. Oder geht es auch in Besprechungen um eine Roadmap so ein bisschen mit, was soll denn das nächste sein, das entstehen soll. Und da gleich in Kammer quasi wieder gesagt, muss ich auch als Führungskraft dann wissen, soll ich das jede Woche zweimal machen, mache ich das alle zwei Wochen einmal. Also das sind halt genau diese Dichotomien, die wieder, da sind die Big Bugs drinnen, deswegen ist man Führungskraft, dass man das schafft, diese Balance zu managen. Und quasi davon weitergehend ist ja genauso noch das auf die Zielformulierung und dann tatsächlich in die Verantwortung nehmen, dann in Projektabschlüssen. Also das sind genau Dinge, die du erwähnt hast. Auch da muss ich managen können, dass ich das kommuniziert habe oder gemeinsam mit dem Team vielleicht Ziele erstellt habe. Oder die Mitarbeitenden mir gesagt haben, woran sie eher arbeiten wollen und wir das dann in einen größeren Rahmen gepasst haben, damit sie auch wissen, worum es geht. Also ich kann tatsächlich nicht als Führungskraft, wie wir, sage ich mal, gerne dieses Bild bemühen, dass man nicht einfach nur vorne weglaufen kann, weil naja, ich bin halt die Führungskraft, klar, ich bin vorne und da gehöre ich hin. Sondern das ist als Führungskraft hinter seinem Team und unterstützt das Team. Und dazu gehört halt einfach, dass man alle Kommunikationskanäle abdeckt, also dass man einfach verstehen muss und lernen muss, wie weit da Mitarbeitende vertraut sind mit den Zielen, mit den Erwartungen auch.